So, da sind wir wieder und wir können auch eigentlich schon direkt starten. Ist das mal auf Silber? Ja, sieht man hier oben. Endlich mal eine Herausforderung hier. Ich aber echt mal. So, echt mal. Das war ja gerade im Pipifax. Ich hab dieses Mal meinen Techniker mitgenommen. Meine Stufe 20 Techniker. Und ich werde nur sterben. Und ich spiele in Altbesettung. Und Erik denkt, es wäre heute Sonntag. Das war jetzt ein kleiner Insider. Na, nur ein ganz kleiner. Aber nochmal, wie heißt denn die Karte? Wir sind auf der Karte Vancouver. Also auf der Erde. In Kanada. Ja, wo Vancouver ist, ich glaube, das wissen sogar die Zuschauer. Na, hab ich mir ruhig sicher. Nein. Oh. Oh, Kollektoren, okay. Und ich hab vergessen, Messervergleiter zu machen. Ja! Er hat mir das keiner gesagt, verdammt nochmal. Er hat sich da gerade so gefreut. Ich. Weshalb? Weil ich irgendeinen eingeklaut habe. Ich hab schon wieder ein Assist bekommen. Marcel ja auch. Und ich hab noch gar nichts gemerkt. Ich hatte keine Sau. Ja! Das hörte sich krank an. Das war das wieder oben. Jetzt hab ich auch wieder ein Assist bekommen. Wah! Nein! Scheiße, 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 scheiße. Jetzt hab ich wieder ein Assist bekommen. Yeah! Wow, 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 wow. Ah, warten alle langsam. Beziehungsweise nicht da, Hust. gewöhnen meine fähigkeiten einzusetzen das habe ich eben die ganze zeit gekommen gemacht irgendwie version warum ist bei mir irgendwie sowas lilan ist oben an der waffe das dürfte deinen deinen ausschuss speck sein der munitions art ja stimmt 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 was ist denn die lab oder ja überhaupt munition das heißt was ist das was bringt das mehr für sicher schaden also mehr rückstoßen also was müsste das bringen welchen sinn machen eigentlich die kollektoren netze also die sind jetzt nicht wirklich stabil oder so also diese 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 kollektoren sterbe meine ich tot gerne fähigkeiten blockieren auch wenn man tot ist da steht stirbt und da ist ein kreis da muss man die ganze zeit auf die lehrtaste und das hört man jetzt auch zu toll und ja da kann man einen wiederbeleben jetzt mal die perspektive aus einem toten von einem toten marcel wollte das auch noch mal zeigen ja auch wenn man es mir gar nicht sehen kann ich bin auch total war hey siegerschwamm ja habe ich abbekommen mag die teile überhaupt nie die sind auch dumm die schwärme mir gefällt gerade irgendwie die map nicht so ja auch doch ich finde die auch ich finde die kugel ich habe ich habe hier noch nie drauf gespielt deswegen weil kann ich komischerweise auf der map immer nur eine bogengranate mitnehmen ist aber schade hatte meine waffe macht kaum schaden was soll das ich bin auch sehr seiner kapitäns das sind du kommst du hier mit rein zum hochladen oder ja kannst du auch lucas nennen problem das wissen die zuschauer jetzt langsam hier also haben wir auch jedenfalls bei battlefield gesagt da war das auch kein problem vorsicht hinter dir muss ja da ja da wieso wieso selbstmord hey ich bin auch tot zwei liga am boden ja ich bin wiederbelebt dankeschön was auch doof ist wenn man wiederbelebt wird an derselben stelle und mitten bei mitten den gegner steht das ist das weit war ich ziemlich dumm also von wegen zeitbonus und so sollt ihr langsam mal reinkommen wie denn wenn ich gleich wieder tot bin ob es nicht was ja man komm hier reichen wieso ist doch gut wenn jemand draußen mal wissen was frei hält und das ist mal ein bisschen arbeit abnimmt hier drinnen oder auch nicht er was ja es ist was ich gestorben da was machst du das kriegen wir zeitbonus nicht warum wirst du dich wiederbeleben hinter dessen perversionen haben auch seinen tollen namen sind das irgendwie so zombies oder so diese perversionen nein das sind andere hast du ja larven oder wasser was diese wie bei lafen hast du gesagt mutierte wie bei lafen ja ich ne 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 glaub ich nicht wir sind aber nicht aus dem menschen sind das abgeänderte menschen weil von den kollektoren nicht von den biebern ja mann ich ja aber nähere kollektoren arbeiten ja wie man zusammen also ja aber es sind ja trotzdem eine andere technik noch ein bisschen war es werde schon abgewährt das werde vier okay hast du leben und schwarm hier ist ein ableger oh ja die sind cool ein vorsicht explosion gleich nein auch bei mir da nein 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 nicht den simpel aus es der gleich ne explosion die explosion sieht zwar mega geil aus sind aber scheiße schädlich Da ist hier oben noch einer, da oben ist noch eine Perversion. Wir brauchen noch ein Munitionsding. Ist hier unten schon irgendwo eins? Ja, hier bei mir. Bei dir, hier. Ah gut, weil da oben gibt es keine Bogengranaten mehr. Oh, Ableger. Aber wo ist denn der jetzt hier? Der haut ab. Vom Haus und ab. Da laufe ich jetzt nicht mehr hin. Meiner, meiner, meiner. Da, komm. Ich brauche Muni. Wo ist hier Muni? Da ist Muni. So. Jetzt kommen auch diese, wie heißen die? Pratorianer oder so? Pratorianer. Die sind mies, die Dinger. Hab ich gerade schon einmal gekehlt. In Mass Effect 2 habe ich die Dinger geasst. Fischig mies. Na, doch nie auf mich. Mensch. Fuck, ich bin in diesem Ding drin. Das ist doch toll, oder? Ich meinte dich nicht. Also jetzt gerade. Also ich muss jetzt letzter sein gerade. Das war schon. Das geht ja relativ gut. Ja. Das ist auch schnell in den Anfangsführigkeiten. Die hat man aber immer. Ja. Boden, dort oben. Boah, hier sind einige Gegner. Ich komme. Oh, ein besessener Ableger. Oh. Scheiße, 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 scheiße. Ich bin gerade ein bisschen am Arsch. Bisschen nur. Ich wüsste, wo wir Gegner sind. Da hinten kommt eine Perversion. Doch eine Perversion. Sind zwei Ableger gerade. Sehe es. Oder oben kommen noch besessener Schütze. Ah, damit. Scheiße, die machen auch irgendwie voll die lauten Geräusche, die Viecher, ne? Ne, Munition mehr. Boah. Was? Wir wissen, du. Alter, ich will hier rüberspringen. Oh. Nein, ich bin auch tot. Dein, ich, äh. Ja, helfen wir. Ich habe fast, ich muss da irgendwo bei dir in der Nähe liegen. Oh, man unterwegs. Und ich bin schon da. Ach, Mann. Nein, wir müssen, ihr müsst doch jetzt nicht alle kommen. Ich war auch in der Nähe. Keine Munition mehr. Hier oben auch irgendwo ein Muni-Pack. Ich bin gleich schon wieder. Ja. Der andere ist auch besessen. Gut, das war jetzt scheiße. Egal. Ist Eric da unten? Ich bin ja, glaube ich, gerade irgendwie der Einzige beim Hochladen. Sorry, dass ich einmal ein wenig geholfen habe. Ja, aber ich bin gerade alleine und da kommt gerade ein Vieh. Ich habe fast keine Muni mehr. Mann, nee. Also, hallo. Und wieder? Ja. Na gut, da kriege ich wenigstens nachher eine Medaille dafür. Ist auch toll. Wo ist der irgendwo Muni in der Nähe? Äh, direkt hinter dir am Schrankbau, ne? Aha, hier. Das ist natürlich ein Lütz. Ja, keine Ahnung, sie sind trotzdem doof. Ich habe da von dir kaum welche, also. Wir mussten hochladen, was? Ja. Ja. Das ist aber wieder Zeitbonus und so. Genau, Eric, Zeitbonus. Warum bist du eigentlich nicht hier? So. Ja. Ja, haben wir doch Zeitbonus. Passt doch. Ach, in die Ferse, Junge. In die Ferse. Und bam. Die Perversion nochmal. So. In welcher Runde sind wir jetzt? Ähm, müsste die sechste gewesen sein. Nur noch ein weiterer Feind. Nur noch ein weiterer Feind. Oh, das ist aber weit. Ist auch schon genommen. Ja, habe ich auch alles drauf gehabt. Schön. Sah sehr, äh, akrobatisch aus. Oh, Welle 7. Oh, wieder ein Pretoriano. Müsste ich gleich auch mal zeigen, die Viecher. Äh, da. Hier, hier sieht man einen Pretoriano. So ein ziemlich mieser Dinger. Die jetzt auch schon kaputt sind, beide. Also ein Pretoriano. Hier ist noch ein Pretoriano. War ich nochmal so hinzufügen. Wartest du? Was? Nee, so, wie hab ich den jetzt zu schnell erledigt? Raketenwerfer. Äh. Ja. Ja, ist okay. Erik, ich kann das Spiel auch spinnen. Du mir jetzt gerade sagen willst, dass ich den Raketenwerfer benutzen muss. Nein, ist okay. Komm, die krieg ich noch. Ah, wer war das? Tut mir leid. Ah. Kaum erwischt immer, ey. Mal. Lili, 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 lili. Hm. Milizio. Irgendwo muss doch was los sein hier. Da oben. Wo sind die? Ah, okay. Geht doch. So, hab ich mir jetzt gerade unsichtbar. Hohohoho. Fuck. Nein, weil es ein Assist. Das war jetzt ein Kämm. Uuiuiuiuiuiuiuiui. Und das gerade wieder über das Expo. Wir hatten das eine besessene Perversion dieses komische Flammendings. Gibt's denn nur diese Explosionen bei denen. es ist ein ableger hier sind normale ableger hallo von den griff an die meine runde irgendwie auch tot noch ein ableger kommen dass mein ableger auch nein ich habe da so viel aufgeschossen was willst du den hier du kannst ich habe vor uns gerade eben die 25 ist mir da bekommen also ich habe gerade 25 kids medaille bekommen ja ja die hätte ich muss auch schon aber ja ich noch nicht aha aha ich habe schon wieder ein prätorian ich die fische haße ja hier bei mir so viel war hier oben naja ich bin schon unterwegs danke lasse noch ja genug danke ja fertig ich höre wieder so ein schwarm der brennender marcel runtergelaufen hat erzlichen dank wer auch immer mich gerade gerettet hat erzlichen glückwunsch und so Nee, bitteschön. Hä? Kannst du sagen, herzlichen Glückwunsch war ein bisschen... Nee, ich würde bitteschön... Aber... Egal. Irgendwie, come on, herzlichen Glückwunsch raus, ne? Alter, ich will... Ah... Drecksperversion. Wie pervers die Viecher sind. Ja, ehrlich. Da hätte ich jetzt schon wieder eine Rakete draufkauen. Erik springt lieber rein und wird getötet. Natürlich. Komm, das ist meiner ja. Wenn Ableger und Pervers nebeneinander stehen... Wie es sein muss und so. Erik, jetzt klau mir der nicht. Ja, ich hab noch. Hab ihn vorbereitet. Hol das nochmal. Was hört sich hier so komisch an? Ja, ich hab noch plus 17 Assists bekommen. 17 Punkte für Assists, Junge. Ja, ich hab 455 jetzt. 1.300 Freikill. 371 Assists. Werde 10. Hochladen. Wer nutzt es hier in Türmen nur um die Daten auch auszulagern? Ja, wieder dort, okay. Nein, es ist mal anders. Ne. Okay. Äh, ein... ...Pretorianer. Zwei hintereinander. Oh nein. Ich jagge Rakete drauf. Hab schon. Äh. Schon mal einen erwischt. Ja, und... ...irgendeine hat Part. Da ist noch... Da sind nochmal zwei. Da sind nochmal zwei. Nochmal zwei hinterher. Was? Ja, sind noch zwei. Dafür kommt aber kein Ableger, oder? Eins. Da ist einer. Der kommt zu mir. Hilfe! Nein! Kann sein, dass die Runde irgendwie nur auf Pretorianern besteht. Nein, das ist auch so. Aber... Nein, jetzt nicht. Ja, mach vorne den Griff. Fah. War schon wieder so scheiß knapp. Äh... Schwarm. Scheiße. Ruckerwegs. Äh... Ich mach mir die Gale. Ey. Dann brauch ich nie. Ey, stimmt. Du hast ja eh immer zu viele. Komm, komm, komm. Ich will in der Beläger. Au. Kommt jemand ran? Ja. Ich bin auch tot. Au. Jetzt liegen wir beide da so schön. Danke. Ja. Scheiße, Mann. Wir sollten hier erstmal kurz abhauen. Äh. Mann, wir jetzt grad gucken und kuscheln hier, oder was? Hab keinen Medi-Gale mehr. Ich bin wieder tot. Ich bin komplett tot. Warte. Nein. 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 Ich mach mir die Gale. Ich mach mir die Gale. Da kann der Typ sich mal ja verpissen. Ich bin wieder tot. Ja. Dann was ist diese Runde? Ja, unterwegs. Ja, ich bin auch komplett tot. Ja, super. Also ich bin noch, weil du kannst es noch schaffen, weil du viertel hab ich noch. Da steht alles voll. Schön. Dann darfst du jetzt erstmal hochladen und gucken. Ja. Das war's, Daniel. Ja, ne. Wie war das vor uns, wenn du das heute alleine machen musst, dann wird das nicht. Ja, nur wegen meinem Handicap, ja. Also lass das hochladen erstmal und tu erstmal aufräumen. Ey, die respawnen ja immer wieder, solange ich die Aufgabe nicht erfüllt hab. Oder war das nicht so? Ja. Achso. Gut. Ah, tot. Nein, ich benutze kein Medi-Gill. Das wird nix. Nope. Das war's. Leider nicht geschafft. Cool. Ja. Erste Silberrunde sofort. War ich denn das erste Mal Silber und direkt verkacken? Also was heißt das erste Mal Silber, das erste Mal mit der Aufnahme Silber und direkt verkacken? Das ist doch wunderbar. Ich rede jetzt noch mal ein bisschen weiter. Ich halte noch mal auf. Vorher zu spät. Ja. Gehnte Runde, ey. Das gibt's doch nicht. Warum musstet ihr auch alle sterben? Ja. Echtmal. Echtmal. Mann. Vor allem diese komische Karambolage, wo wir auf einmal alle ineinander lagen. Und weiter jeder gestorben ist. Ja, ich war jetzt letzter. Ich nicht. Ja, hahaha. Das war wieder drei Milliarden Goldmedaillen. Ne, eine. Ich weiß. So, dann benne ich die Aufnahme und bis gleich. Bis gleich. Bis gleich.